Der bleibt stehen. Ey, yo, yo, yo. Robert. Mann, dieser Wende-Radius. Ging nicht. Aber doch geht. Doch, doch, fahr hin, ich möchte den schon finishen. Achso, achso, ich dachte, wir wollen nur bis hin, ne? Nein. Fahrt noch hin. Ich glaub, der ist schon gut. Redet der am Boden. Nicht am Boden reden. Danke, das ist das Bike. Nee, Polizei. Nicht mal Polizei. Juck das. Danke fürs Bike, ne? Wohin fahren wir? Na, stade. Hä, das ist dieses Auto aus Teil 1. Ja, das kommt dann, ne? Nee, höre ich nicht auf. Nee, ich höre nicht auf. Äh? Der Modder, Digga. Ach, Junge. Was denn? Ich bin gefreeßt. Ah, scheiße. Bist du gequittet? Ja, weil Edmund hat mich gefreeßt. Geiles Motorrad, jo. Hallo? Pff, der kommt doch mal safe auf. Der ist schon wieder weg eigentlich. Oh, du trittst mich! Oh, das bist du. Halt! Halt! Dankeschön, der Herr. Bitte holen Sie sie wieder. Für mich. Hallo, 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 hallo! Hallo! Ey, der Medic. Ey, der Medic, hol ihn, hol ihn. Nein, nein, nicht Medic. Der ist selber Admin. Du hörst dich ja fahren. Scheiß Medic. Alter! Alter! Hast du den Medic tot? Nee. Nee, natürlich. Lass abhauen, oder? Wie du auf ihn eingeprugelt hast. Alter, wie liegt der da? Wie bin ich gerade aufgestiegen? Guck mal, wie der da liegt. Warte, ich will gucken, ob der tot ist. Wenn nicht, will ich ihn töten. Ah! Oh! Runter vor der Straße, Digger. Wie viel heißen die aus? Viel. Fahren wir auch nicht, Pidi, weil wenn die schießen... Das ist ja von vorhin, ne? Das stimmt. Der will einsteigen. Hull ihn, hull ihn, hull ihn. Warte. Ja, wohin willst du? Nein, 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 nein. Ey, oh, bitte. Was passiert hier? Er hat gebetet. Ach, dein Preisse. Oh, den Heli hättest du mitten im Film. Hä? Dings Mutter, warte, du hast schon gefallen, hä? Die fette Übergewichtige, hä? OOC, Übergewichtige, deine Mutter, hä? Mutter von der Straße. Aber OOC, Übergewichtige. Weißt du, was ich meine? Kleine Schlampe? Ja, weh, hol. Bisschen, stehen bleiben, die sind eh leicht weg. Hä? Einfach, einfach Mutter kaputt gehauen, hä? Einfach, einfach dicke, fette Kuh, pass dich mal in den Stuhl rein. Weißt du, was ich meine? Die Übergewichtige, die Übergewichtige. Dicke, fette Walrus, hä? Der Name war Toto und die Schlampe, hä? Ich find's witzig. Also... Oh! Das ist jetzt jung. Mh... Wir sollten auch schnell die mitnehmen. So, sagt er jetzt. Ich glaub, das ist Admin. So. 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 Was machst du mit einem Admin? Na egal, ich schlag den. 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 Wenn er dich freest, dann steig ich aus nochmal schneller schlagen. Alter. Schade. Schade. Ja. Es ist da in der Luft. Ich schlag den. Jetzt höre ich das natürlich. Hm. Nein. Neben PD. Oh, fahr weg. Fahr weg. Fahr ein PD Auto. Fahr ein PD Auto. Dass sie explodieren. Die schieße. Fahrt die rein. Fahrt die rein. Fahrt die rein. Du zwack. Quitte. Quitte. Den gelben kann man zäh- Wetter. Danke, danke fürs Auto. Schau, schau. Oh, bist du da? Ja, ich war schon. Ja, schieß, Mann, ey. Okay. Egal, dein Platter. Das fährt sich wie Arsch. Du wirst volle Kanapie dir gekommen. Okay. Hintereinander direkt? Jaja, hintereinander direkt. Okay, okay. Anschlag. Ich fahr ein Medellin-Auto, dann denken die, das ist Medellin. Im Vargos. Alter. Ich hab mindestens fünf Leute mitgenommen. Geil.